Moin! Ey, glatt vorbeigefallen. Ich dachte, ihr steht da an der Straße. Ne, ich dachte, ihr steht da so und seid direkt einsatzbereit und so, ne? War grad bisschen fail, so. Junge, meine Maschine ist irgendwie lauter geworden. Ja, er sagt direkt, also ohne Killer. Ich so, nein, er hat safe einen Killer. Ja, keine Ahnung, die ist auf einmal, die ist wirklich lauter geworden, oder? Ja, wisst ihr, wisst. Hat man mich unten schon gehört an der Ampel? Wie ich ein paar Mal mit Gas gespielt habe? Das ist ja ein Flugzeug oder so. Ja, wahrscheinlich. Alter. Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Okay, wir sind gerade unterwegs mit Dominik, der ganz vorne ist, hat seinen, ich meine, war das sein Cousin oder ein Kumpel, hat da hinten drauf, oder ist das sein Cousin, ich weiß es nicht, es kommt durcheinander, ich kenne Dominik, also so richtig, und ja, vor mir fährt ein Shopperfahrer mit einer 125er Shopper, keine Ahnung, was das für ein ist, auf jeden Fall fahren wir zu Brokkermühle gemeinsam. Wir fahren zu Brokkermühle, weil wir Bock haben, zu Brokkermühle zu fahren, auf Instagram habt ihr es ja gesehen, da habe ich da angekündigt, dass ich zu Brokkermühle bin, äh, fahre, und mal schauen, wer da so alles aufkreuzt, ne, bin ich total gespannt. Opfer, fährt er beim zweiten Gang. Nur weil er mit zwei Personen das Motorrad fährt, heißt das nicht, dass er im zweiten Gang auch anfahren muss. Oh, was chillt in der Ökka wieder so. Warenblicklich dann, erstmal in der Einfädelungsspur, ein bisschen chillen, ein bisschen chillen, eine kleine Pause. Ich bin heute richtig aufgedreht, so richtig. Ich habe so richtig Bock, ey. Ach, er hat mich vorge... Ich dachte gerade so, hey, wie geht der mich vor, ne. Ich habe gerade so nichts gesagt und so, ne. Ach so, da ist ein Tunnel. Ja, geil. Soundcheck. Oh, das ist nice. So gefällt mir das. Ui, da ist was los. Da ist was los. Aber richtig, ey. Hat mir schon fast gedacht, dass da was los ist. Oh, die wollen. Ich kann den Gang hochschalten, damit ich nicht so laut bin. Die gucken richtig böse. Ich glaube, die kannten mich. Ich glaube, die kannten mich. RIP. Aber die Wiese ist ja cool. Obwohl, geht eigentlich. Nimm drei. Obwohl. Obwohl. Über. Ach, muss ich sie rein. Ui. Aufrode. Obwohl, ein bisschen was ist schon los. Muss man schon sagen. Aufrode. Yeah. Ja. Bisschen tricky mitzunehmen, aber... Brettchen ist da. Ich habe gerade nur einen Pops gesehen. Was? Wir können da nur die Wälder sehen. Tja. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Uuh. Ey, die Leute haben mir zugewunken. Ich weiß, die kann nicht. Ja, einer hat aber wohl gemacht. Ja, ja, hab ich schon fast gedacht. Fast gedacht. Da kommen die. Das Gesicht kommt mir unglaublich bekannt vor. Kann es sein, dass ihr beim Abotreffen wart? Nee. Nee? Nicht beim Urlaub. Dann habe ich euch schon mal bei Brockermühle getroffen, oder? Ja, da vorne. Ja. Moin. Rüdiger, der ist in Döhm. Ach so. Ebenbüren? Ebenbüren? Döhm. Ach, ein Döhm. Alter, ist hier die Hölle los. Ebenbüren ist heute aus. Chillig. Eigentlich müsste ich meinen Helm aufbehalten, damit ich gut filmen könnte, aber... Du hast ein Riesenloch in der Felge. Hm? Du hast ein Riesenloch in der Felge. Sehe ich nicht. Das ist normal. Ein Zopf. Doch. Willst du filmen? Ja, eigentlich schon, aber ich schwitze mich jetzt schon tot. Ja, laufe oder so. Ebenbüren, eins Kamera. Oh. So, wir fahren jetzt vom Brokkermüle weiter. War richtig nice, äh, richtig voll. Ein paar Leute getroffen. Chilliges Erlebnis. Wir fahren jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange der Akku jetzt noch hält. Ich hab noch einen eingepackt. Wir fahren jetzt noch ein paar chillige Kurven. Und dann, äh, bewegen wir uns. Hahaha. Ich hab da jemanden mit hinten drauf. Den, der vorhin bei Dominik hinten drauf war. Weil wir gleich noch ein paar Kurven fahren und dann Dominik unsicher ist. Und ich hab schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Sozius und so. Und der ist dann noch, hat dann mehr Power, hält dann nochmal mit. Hahaha, ich hab grad geschrien. Haha. So Leute, bevor die Kamera jetzt ausgeht, beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wäre mega nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi. Alter, jetzt wird immer schlimmer mit mir. Die Tschüssi, die ich bekomme, ich hab mal nicht mehr hin wie früher.